In dieser Folge Deadloose habe ich eine Runde als Sniper, zum Beispiel später. Angefangen haben wir zum All-Infantrie-Zubber zu fliegen. Viel Spaß dabei, war ganz spannend. Ich habe hier hinten bei mir. Wo? Wo? Auf meiner Leiche. Warte, ich habe hier, der... Der auf dir, der auf dir ist gleich weg. Ne, ist da nicht, ich habe ihn. Sehr gut. Ich höre hier wieder irgendwo im Feld. Der wusste jemand, wo ich bin. Hier, gar nicht. Verdammt, was war das denn, was da explodiert ist? Keine Ahnung, wir haben gerade gespawnt und... Hier, hast du da gar nicht Marker draufgepackt, wo ich gepinkt habe? Ich bin da dran. Unser P ist weg, der wird abgehen. Der ist weg. Wo soll ich mich hier stationieren? Erstmal, warte, ich muss erstmal den Feind orten. Bevor du dich decken kannst. Ach guck, der kommt. Du hast runter. Aufs Dach kommen wir nicht. In den Trichtersprung kann ich nicht. Achtung, auf Ping war... Ne, ihr seht ja meinen Ping nicht. Ähm. Achtung, du kommst so fleiß runter auf... Genau da war ein Deutscher. Alter. Hier ist keine Sau. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich habe einen. Da waren zwei. Nein, sie dürfen nicht. Hab ich doch gesagt. Aber ich weiß aber nicht, ob Aufklärer zählt. Nein! Panzer ist Panzer. Ja! Alter! Guckst du über die Straße, ist sofort weg. Sofort tot. Ja. Alter, was? Bin du ganz kurz auf die Straße gegangen? Gleich zu... Okay. Alles klar. Bin ich in Weißkirch? Hier vorne ist einer. Ich kann... Du! Ich bin gerade damit beschäftigt, den Gegner zu bekämpfen und nicht zu sterben. Komm mal. Hier sind schwarz. Hier ist Feind. Okay. Sie sehen sich einfach. Hier ist Feind. Es ist gespiegelt schon. Lange. Guck mal auf die Karte. Der Feind drauf. Na, du hast es Charlys Außenposten. Ja, da ist ja die Garni. Charly, an deinem Außenposten ist ne Garni. Nee, 10 Meter davor. Nein. 10 Meter davor. In der Feldrichtung. Ich markier's gleich. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da liegt ja da vorne gar nie und wartet nur, bis sich sie abbaut. Also... Tja. Gegner, du solltest auch... Gucken, dass du mich erschossen hast und nicht einfach mir den Rücken zudrehen. Dann kriegst du ne Kugel. Das stimmt. Im Rapsfeld liegt das Ding. Ich kann doch nicht spawnen. Ich muss jetzt meine O-Pair versetzen, Alter. Geh mir auf den Kranz. Feind Supplies hier hinten irgendwo. Da wo die... Da wo die... Da wo die... Warte, ich krieg... Ich krieg die Position gleich genauer. Hinter dem Gehö... Also auf dem Gehöft hier. Was ist das? Ziemlich genau. Da, Feind Supplies. Feind Supplies, nicht Infanterie. Ja, 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 ja. Ich versuchte nochmal. Oh mein Seul. Ich versuch gleich den Außenposten. Was schießt denn, ey? Ich hab grad gespawnt, ne? Und bin schon losgelaufen. Hab einen Schuss abgeben. Krieg sofort einen Schuss ab. Feind Inf. Ja, ja. Der hat mich so... Ich kann mich so grad verbinden. Oh, der tödlich getroffen hat. Natürlich geht er genau in dem Moment weg, wo ich schießen will, ne? Hä? Ich hab doch ne Flair hochgeschossen. Warum ist er nicht sichtbar? Warum... Warum ist er nicht sichtbar auf der... Auf der... Äh, die Flair geschossen, oder was? Hier vorne sind zwei Mann. Kommt drauf an, ob du die Flair richtig... Wird ich mich gerade verarschen im Spiel? Wieso schieße ich denn ne Flair hoch? Und der Typ wird nicht... wird nicht markiert. Also hier vorne sind zwei Mann. Ja, ich versuch's jetzt. Mindestens. Ist er jetzt tot, oder nicht? Wer? Wer ist tot? So, jetzt versuch ich's nochmal. Auf das dritte Mal. Garni weg. Einen von den zwei hab ich. So, Garni ist weg. Hinter der Mauer hockt einer hier. Jetzt ist er weg. Endlich. Problem ist halt, wenn... Wenn da keiner sich drum kümmert haben... Wenn da richtiges Problem... Das ist halt niemand in der Verteidigung... Und ich kann nicht... Ich kann nicht hinlaufen. Ich kann nicht hinlaufen. Ich werde hier beschossen. Ich hab keine Ahnung von wo. Hä? Ähm... Wo? Warte mal. Ich hab den... Hier, alles voll. Alles voll. Alles voll. Okay. Aber wird vorher abgeknallt? Schon scheiße, ne? Ja. Ne, äh... Ne, kann ich nicht... Äh... Unserem 76er fährt ein AT da hinterher. Bei Eroboss. Weil ich gleich mal tot bin. Sie haben den, glaub ich, gesehen. Der ist auch noch weit weg. Äh... Jetzt haben sie's aufgegeben, glaub ich. Ok, steht. Hier hinten ist irgendwo ne Garni oder Spawn auf jeden Fall. Evil Marker, feindliche Garni. Funki, ich hab dich nicht verstanden. So... Komm mal, Nav. Du kannst die mir hier vorreden droppen. Hier ist massiv Feind. Hier ist ein Panzer IV. Ich hoffe, ich falle die Vorrede runter. Boah. Ich mach das Hellglas aus. Hier ist ein Panzer IV. Alter. Ich krieg gar nicht. Ja. Mir will Marker, feindliche Panzer. Panzer, erst kurz. Shit. Ich wollte noch ne Garni bauen. Also, Speedy, guck mal auf meine Kampfpunkte. Also, an mir hat's nicht gelegen. Mir auch nicht. Ja, das war's auch schon wieder. Hier hab ich jetzt noch ein Video für euch, ähm, mit dem Fallschirmigergewehr 42, wo ich gesnipert hab. Das hab ich in dem Video das erste Mal gespielt. Ich wünsch euch viel Spaß beim Angucken. Ciao. Ciao. Vielen Dank.